Hallo und herzlich willkommen zu unserem ersten Video aus der Reihe Einfach über Spannungsschutz. Immer wieder kriegen wir im täglichen Arbeiten hier Fragen zu dem Thema und haben uns gedacht, wir werden die einfach mal beantworten. Hier in diesem Format werden wir immer wieder Fragen aufgreifen und kurze Erläuterungen dazu geben. Ganz zu Anfang eine sehr fundamentale Frage, warum überhaupt Überspannungsschutz? Und dazu unterstützt mich Thorsten, du hast mittlerweile über 20 Jahre Erfahrung im Bereich Überspannungsschutz gesammelt und du solltest eigentlich wissen warum und deswegen schiebe ich die Frage einfach mal zu dir und frage dich, warum Überspannungsschutz? Ja, danke Achim, da wollen wir genau mal gucken, warum Überspannungsschutz und dafür habe ich mal eine kleine Agenda mitgebracht, warum Überspannungsschutz? Hier die Agenda. Zuerst schauen wir uns die Ursachen an, atmosphärische Entladung, die direkten Blitzeinschläge, die nahen Blitzeinschläge, die Schalthandlung, Auswirkungen, die Schadensstatistik, die Schadensarten, die auftreten. Wir gehen überhaupt auf das Funktionsprinzip Überspannungsschutz einmal ein, wie ist überhaupt die Wirkungsweise von einem Überspannungsschutzgerät und zum Schluss eine Zusammenfassung. Ja, atmosphärische Entladung, also das sind nah und ferne Blitzeinschläge. Da haben wir hier eine Statistik und die beginnt 2007 bis 2019. Das ist der sogenannte Blitzatlas und in diesem Blitzatlas sehen wir auch bedingt durch die sehr trockenen Sommer, die wir auch in den letzten Jahren haben, dass wir eine abfallende Tendenz haben. Wir hatten 2007 noch über eine Million Blitze und im letzten Jahr waren es dann nur noch ungefähr 350.000. Da denkt man erstmal, das ist ja gut, da ist weniger Gefährdung für meine Anlagen. Aber da schauen wir uns nochmal im Detail an. Das war der erste Teil, die atmosphärischen Entladungen, aber dann hatten wir ja noch eine zweite Schadensursache, die Schalthandlung. Hier zum Beispiel das Ausschalten eines 24 Volt DC Relais. Hier habe ich mal den kleinen Stromkreis mitgebracht und wir sehen in unserer Spannungsversorgung 24 Volt Gleichspannung. Und wir haben hier halt eine Induktivität in dem Relais, die sogenannte Schutzspule. Und wenn wir die ausschalten, also die öffnen den Schalter bei T gleich Null, da sehen wir hier exemplarisch mal so eine Aufnahme von einer Kurve. Und dann ist es ähnlich wie beim Auto, wo ich eben eine Zündspule habe, dann kommt da eine sehr hohe Spannung durch die Induktivität zustande. Wir sehen hier 790 Volt. Jetzt finde ich es mal gut. Jetzt sieht man, dass die Überspannungen da sind. Hier hast du jetzt ein 24 Volt Relais. Normalerweise bewegen wir uns ja in der Energieversorgung bei 230 Volt. Wie sehen da die Überspannungen aus? Was haben wir da zu erwarten? Ja genau, wenn wir das mal jetzt einfach mal so ganz grob hochrechnen, dann sehen wir ungefähr Faktor 30 dabei. Und bei Faktor 30 dann landen wir bei den 230 Volt, die war bei uns einer Steckdose zum Beispiel auch haben, bei ungefähr 7000 Volt. Und da können sich schon viele denken, ui, da kann das natürlich knapp werden, dass dort die Isolation auch standhält, nicht es dort zum Isolationsversagen mit einer Gefährdung kommt. Ja, das Ganze, hier Überspannung von mehreren tausend Volt entstehen durch solche Schaltvorgänge, die ich in meiner elektrischen Anlage natürlich mache. Ich schalte das Licht an und aus. Der eine oder andere, der gerade bei Langfeldleuchten hat auch schon mal gesehen, da habe ich einen Starter. Da brauche ich teilweise für die Technik auch eine hohe Spannung, dass ich überhaupt über so eine Leuchte zum Starten bringe, dass sich da eine Zündung erfolgt. Das Ganze ist eben auch normativ dargestellt mit dem sogenannten SEMP, das ist der Switching Electromagnetic Pulse. Gehen wir noch mal etwas weiter und zwar hier noch einmal eine Schadenstatistik der Hausrat- und Wohngebäudeversicherung. Das Ganze haben wir bekommen hier unten angegeben der Quelle, das ist vom GDV, das ist der Gesamtverband der Versicherungen. Die führen natürlich Statistiken, was habe ich bezahlt, wie viele Meldungen hatte ich von meinen Schäden. Das ist immer sehr interessant und darauf sehen wir auf der linken Seite dargestellt die Anzahl der Schäden, hier als Säulen und auf der rechten Seite die Leistungen, die gezahlt wurden in Millionen Euro, hier als grüne Kurve dargestellt. Hier meint man auf den ersten Blick, das habe ich ja gerade schon gesehen, das ist ja ähnlich wie bei den Blitzen, also auch eine leicht abfallende Tendenz. Wir haben da seit 2019 der Forecast bei 210.000 Schäden, die dort entstanden sind und eine Summe von 200 Millionen Euro. Allerdings, wenn man das Ganze betrachtet, dann sehen wir, dass die Summe pro Schaden sogar leicht gestiegen ist. Das kann sich jeder gut vorstellen, wenn ich auch in meinen Hausbereich reingucke. Wir haben immer mehr Elektronik und gerade jetzt zu Zeiten vom Homeoffice und mobilen Arbeiten, da haben wir natürlich auch noch unseren Rechner dort, den wir direkt an unserer Hausanlage dran betreiben. Ja, aber wir wollen noch mal ein bisschen genauer gucken, wie sieht das denn überhaupt aus? Versicherungen, wie gesagt, haben sehr viele Statistiken, dass hier auch wieder Quelle der GDV, der Gesamtverband der Versicherungen und hier wurden zwei Versicherungen näher beleuchtet. Das ist einmal die Wohngebäudeversicherung, die den Bereich Feuer abdeckt und zum Zweiten die Hausratversicherung auch im Bereich Feuer. Und dort wurde natürlich auch immer nachgeschaut, ja was ist denn überhaupt die Ursache für diesen Brand? Und da sehen wir die obersten Balken, dass wieder 60 Prozent der Schäden folgen durch Überspannung. Also Überspannung haben wir eben gelernt, das können auch weit entfernte Blitzeinschläge sein, aber auch Schalthandlungen sein. Vielleicht eine Frage an Achim, hast du auch schon mal was gehört? Inwieweit zum Beispiel die Versicherer da Richtlinien oder Vorschriften machen? In der Tat wird das häufig auch gefragt, woran kann ich mich da orientieren? Und die Versicherungen, klar, machen die Vorgaben, die wollen ja die Schäden gar nicht regulieren, sondern sind auch daran interessiert, die zu verhindern. Und so gibt es verschiedene Richtlinien im Bereich Landwirtschaft, im Bereich Photovoltaik, die explizit über Spannungsschutz vorschreiben, aber auch Übersichten, wo einfach je nachdem, in welcher Anwendung ich mich befinde, was ich gerade für ein Gebäude habe, wo Vorgaben gemacht werden. Und da sollte man immer mal schauen, ob das Bestandteil auch des eigenen Vertrages ist, dass das eben erfüllt werden muss. Und ansonsten ist das eine gute Richtlinie, um zu sehen, wo haben wir denn viele Schäden. Weil genau da setzen die Versicherungen an und versuchen das durch Richtlinien zu verbessern. Ja, super. Dann würden wir einfach mal sagen, einfach mal googeln, Versicherungen, Richtlinien für Überspannungsbereich. Dort können wir dann natürlich einige Informationen finden und die sind in der Regel auch kostenlos im Netz verfügbar. Die findet man schnell und direkt und sind alle gut auffindbar. Gehen wir noch mal einen Schritt weiter zu den Schadensarten. Hier habe ich mal drei Bilder dabei mitgebracht. Und zwar haben wir zum einen die Energieversorgung. Wir haben aber genauso noch die Datentechnik, gerade im kleinen Büro, genauso wie in großen Bürogebäuden, bis zur Telekommunikation, was ich natürlich auch bei mir im Wohnhausbereich habe. Hier so ein typischer Router dargestellt, so ein DSL-Router. Ja, hier sind natürlich schon massive Schäden. Wir sehen wirklich dort Ruß an den Wänden. Das muss ja schon was passiert sein. Da ist wirklich ein offener Lichtbogen gewesen und da ist die Überspannung so hoch gewesen, dass die Isolation sozusagen zerstört wurde. Die Brandgefahr durch Kurzschlüsse, die ist da ganz klar gegeben, wie wir das auch sehen. Hier ist natürlich auch eine Holzverteflung, etwas älterer Bau anscheinend gewesen. Aber wir sehen natürlich auch, wenn dort ein Lichtbogen entsteht, dann können wir uns alle gut vorstellen, dass nicht nur beim direkten Blitzeinschlag es dort eben zum Brand kommt. Und deswegen können wir auch ganz klar das Fazit erstmal hinsetzen. Überspannungsschutz ist Brandschutz. Nach dem Ausfall von Systemen werden oft gespeicherte Daten zerstört. Das ist uns natürlich auch klar, wenn wir darüber nachdenken, wie oft wir eine Datensicherung machen oder was wir alles so auf dem Rechner haben. Das ist immer schlecht, wenn das natürlich weg ist. Das wissen wir alle persönlich sehr gut. Wir gehen noch mal einen Schritt weiter und jetzt kommen wir in dieses Funktionsprinzip Überspannungsschutz. Ich habe hier mal ein Gerät mitgebracht, was jeder von uns hat. Das ist eine ganz normale Waschmaschine, ein modernes Gerät hier, vielleicht mit einer Anzeige, mit einem Display. Und das wird natürlich versorgt, zum einen durch die Phase, den Leiter L, durch den Neutralleiter. Aber wir haben ja natürlich ein Metallgehäuse dort. Das ist auch geerdet. Das heißt, hier ist auch das Erdungssymbol dran. Hier haben wir mal ganz vereinfacht den Überspannungsschutz wie ein Schalter dargestellt. Wir haben ja eben gesehen, dort ist es zum Isolationsversagen gekommen. Das heißt, es ist zum offenen Lichtbogen gekommen. Das will ich ja verhindern. Und jetzt, wenn ich einen Schalter da habe, der die Überspannung sozusagen kurz schließt, vorher wegbringt, das wäre eine tolle Sache. Und deswegen einfach mal geguckt, wie kann denn so was funktionieren? Wo treten denn die Überspannungen überhaupt auf? Die Überspannung selber kann natürlich zwischen der aktiven Phase und dem Neutralleiter auftreten. Aber die Überspannung kann natürlich auch über das Erdpotenzial kommen oder zum Erdpotenzial antreten. Und da habe ich dann noch mal Wirkungsweisen, wo es zum Überschlag kommen kann. Wenn wir jetzt überlegen, das will ich ja verhindern und das Funktionsprinzip des Überspannungsschutzes ist natürlich, dass ich jetzt sehr schnell reagieren kann. Und wenn der Schalter jetzt, wenn die Überspannung anliegt, sehr schnell einen Kurzschluss machen würde und ich keinen Lichtbogen mehr in meiner Anlage mit Brandgefahr habe, dann habe ich wieder einen sicheren Zustand hergestellt. Jetzt haben wir hier unsere Schalter geschlossen. Die Überspannung wird kurz geschlossen, abgeleitet, wie wir das auch oft nennen. Und wir haben einen sicheren Zustand. Aber jetzt kann sich jeder vorstellen, so ein Schalter ist vielleicht nicht das richtige Mittel. Ist der überhaupt schnell genug? Ja, und in der Praxis letztendlich werden da keine Schalter benutzt, sondern Überspannungsschutz. Das wird über Funkenstrecken realisiert oder über Varistoren in dem Fall, die dann eben kurzfristig einen quasi Kurzschluss herstellen und dann diese Überspannung abbauen. Aber bevor ich den einsetze und einen Überspannungsschutz wirken soll, die Frage war ja, warum Überspannungsschutz? Eine gewisse Festigkeit hat so eine Waschmaschine ja auch an sich. Welche, ich sag mal, natürliche Widerstandskraft hat denn so eine Waschmaschine gegen Überspannung? Genau. Wir wissen natürlich alle, wir kennen alle 230 Volt kommt aus der Steckdose, aber es ist natürlich nicht das gleiche, wenn etwas mehr Spannung da ist, dass sofort die ganze Installation kaputt geht. Das ist normativ festgelegt. Wir haben sogenannte Überspannungskategorien. Diese Überspannungskategorien, die stellen eine Spannungsfestigkeit her, da für Endgeräte, für Betriebsmittel und danach müssen sich ja auch die Hersteller richten. Wenn wir das sehen, in dem Bereich Haushaltsgeräte und Werkzeuge, da haben wir eine Spannungsfestigkeit von 2500 Volt. Empfindliche Geräte, vielleicht der eine oder andere Computer oder Messtechnik, die haben nur eine Spannungsfestigkeit von 1500 Volt. Sprich, wenn die Spannung darüber geht und wir hatten ja eben auch am Anfang mal davon gesprochen, dass wir bis zu 7000 Volt haben, dann wissen wir, da kann die Isolation versagen und dann sind genau diese Szenarien, die wir gerade gesehen haben, möglich. Ein Lichtbogen und eine Brandgefahr. Zusammenfassend vielleicht auch nochmal gerade diese Ergänzung. Wir sehen hier, Überspannungsschutzgeräte machen einen Potenzialausgleich, bevor die Isolation versagt. Wie ein sehr schneller Schalter wird innerhalb von Nanosekunden reagiert. Und das ist natürlich dieses Problem. Wir müssen innerhalb von Nanosekunden reagieren und ein Schalter mit seiner Mechanik ist da viel zu langsam. Nach der Überspannung, die dauert in der Regel ein Bruchteil einer Sekunde, Millisekunden sprechen wir da maximal von, wird das Schutzgerät sofort wieder hochohmig. Das heißt, es isoliert wieder und wir haben ganz normale Netzbedingungen. Und deswegen auch mein Fazit hier, reagiert bevor etwas passiert. Gehen wir noch einmal einen Schritt weiter. Viele von uns haben auch schon mal gehört, ja Überspannungsschutz ist jetzt Pflicht geworden. 2016 war da ein Jahr, da ist eine neue Norm rausgekommen, die VDE 0100 443. Aber ich habe noch mal etwas weiter zurückgeschaut und zwar VDE 0100 100, das heißt, das ist eine ganz grundlegende Sicherheitsnorm für jeden Elektriker. Und wenn wir da mal reinschauen in die aktuelle Norm, da sehen wir schon oben rechts in dem Normtitelblatt, was ich mitgebracht habe, das ist von 2009, die aktuelle Norm. Und da möchte ich mal gerne ein kleines Zitat machen. Und zwar ist das der Punkt 131, Punkt 6, Punkt 2. Personen oder Nutztiere müssen gegen Verletzungen und Sachwerte müssen gegen Schäden durch Überspannung geschützt sein. Die Folge von atmosphärischen Einwirkungen, das sind genau wie wir es eben gesehen haben, die nahen und direkten Blitzeinschläge oder von Schaltüberspannung sind. Das Ganze habe ich aber auch noch mal ein bisschen weiter geschaut und hier bereits 2002 war das auch schon Grundlage in der Normung. Ja, eine ganz kleine Zusammenfassung. Also wir haben gesehen, Überspannungsschutz ist notwendig. Nummer eins ganz klar zum Personenschutz. Vermeidung von Isolationsversagen und Funkenbildung mit Brandgefahr. Das ist das höchste Ziel, was wir haben. Personenschutz und da gibt es auch kein Wenn und Aber. Ist Pflicht. Sicherheitstechnik, Überwachungskameras, Zugangskontrollen, Notrufsysteme müssen zuverlässig funktionieren. Das weiß jeder. Jedes Industriegebäude, was überwacht wird, der will natürlich auch permanenten Schutz. Und ein Notrufsystem wissen wir auch alle. Das muss 24 Stunden lang funktionieren. Ja, im Bereich Gewerbe. Ausfälle des Energie- und der Datensysteme müssen verhindert werden. Das kann sich jeder vorstellen. Alleine beim Supermarkt, wenn da das Kassensystem ausfällt, dann wird die Schlange länger und kann halt nicht abgerechnet werden. Ja, das Smart Home. Man spricht viel darüber. Das wird die Zukunft sein. Viele haben es auch schon zu Hause. Das Homeoffice und die hochwertige Technik verlangen permanente Verfügbarkeit. Ja, vielen Dank für die Zusammenfassung am Schluss. Ich glaube, die Ursachen sind jetzt so ein bisschen bekannt. Warum brauche ich dann Überspannungsschutz? Ist so ein bisschen beleuchtet worden. Vielen lieben Dank dafür. Und damit sind wir am Ende von dieser kurzen Einführung. Wir werden an dieser Stelle immer wieder Fragen aufgreifen aus dem Thema, aus dem Themenbereich Blitz- und Überspannungsschutz. Und wenn es noch irgendwelche Anregungen gibt, wenn es Fragen gibt zu dem Thema, einfach eine kurze E-Mail an traptec-support-at-phoenix-kontakt.de und dann schauen wir, ob wir diese Fragen auch beantworten können. Bis dahin erstmal vielen Dank. Ja, vielen Dank und auf Wiedersehen. Ja, vielen Dank.